Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala mit einer neuen Reihe von Drust anfangen. Demnächst über Widerlegung von schiitischen Sekten, dieser zwölf jahmetischen Sekte und deren Gelehrten und deren Büchern. Das heißt, die Angriffe gehen inshallah ta'ala weiter und unser nächstes Ziel ist das Buch Al-Muraja'at von Abdelhassin al-Musawi. Abdelhassin al-Musawi, der Name vergät ja schon vieles, Abdelhassin, also nicht Abdelhassin, Abdelhassin. Allah sagt, abarakatuh, ta'ala, wama khalaqtu l-jinna wal-insa illa liya'abuduni. Aber diese Rafi da sind Diener von Leuten, die tot sind, Diener von Menschen. Das ist das Erste. Zweite Sache ist, das ist die Seite von dem stummen Marja' von Rafi, von dem wir niemals was gehört haben, ob er reden kann oder nicht. Das ist die Seite von denen. Und ich werde inshallah ta'ala diesen Buch nehmen hier. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier drauf drücken, also dass wir das Buch selber lesen oder einfach hier als PDF, beispielsweise wenn wir klicken als PDF, hier kommt dieses Buch hier. Abdelhassin al-Musawi al-Muraja'at. Und das ist ungefähr 700 Seiten, ungefähr 800 Seiten ist das, liebe Geschwister. Und wir werden inshallah ta'ala Stück für Stück, Muraja'a für Muraja'a, diesem Buch widerlegen. Und das ist auch eine direkte Widerlegung von diesem hier Majusi, der das auch schon erklärt hat, diese Max und Morris Märchen von Abdelhassin al-Musawi. Das ist nicht nur eine Widerlegung der schiitischen Religion und deren Gelehrten und deren Bücher, sondern auch dieser Majusi hier, der wie gedrückt lügt. Besucht inshallah ta'ala unsere Seite, Anti-Majus. Und wir werden inshallah ta'ala die nächsten Durus-Bals aufnehmen, und wir werden inshallah ta'ala diesen Buch hier mal richtig zum Sardab schicken, da wo sie hingehören. Ja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.